Hey Leute, das ist ganz Höram. Willkommen bei WTN Germany. Nach Krebsbefund, Nicole hatte nur geringe Überlebenschancen. Ihre Chancen standen schlecht. Nicole, 57, gewann 1982 mit ihrem Hit »Ein bisschen Frieden« zum ersten Mal den Eurovision Song Contest für Deutschland. Damit erlangte sie nationale Bekanntheit. Vor zwei Jahren erhielt die Schlagersängerin jedoch die Schockdiagnose, sie hat Brustkrebs. Es folgte ein harter Kampf gegen die Krankheit, den die 57-Jährige schließlich gewinnen konnte. Dabei standen ihre Überlebenschancen anfangs alles andere als gut. Im Interview mit BILD sprach Nicole über die Qualen der vergangenen Monate. Die Diagnose war ein Schock für mich. Die Ärzte sagten mir, meine Überlebenschancen liege mit Chemo bei 80 Prozent, ohne Chemo bei 60 Prozent, verriet die Sängerin. Als ich fragte, was mit den restlichen 20 Prozent sei, war da nur eisige Schweigen. Ich fiel danach erstmal in ein tiefes Loch. Ich wusste, mein Schicksal liegt allein in der Hand vom lieben Gott, erinnerte sich die Blondine zurück. Hey guys, this is Ganjsham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.